Ja, alle Tage wieder unser 100 Tage Weihnachts-Countdown, den wir seit 14. September, da waren es nicht 100 Tage hier durchziehen. Jeden Tag neue Ideen für Sie, meistens Deko-Ideen und mittlerweile sind es nur noch um die 25 Tage. Also es geht wirklich in rasendem Schritt auf Heiligabend zu. Heute möchten wir uns mal dem Christbaum, dem Weihnachtsbaum widmen, wie man den mal außergewöhnlich schmücken kann. Und wir haben auch noch ein, zwei Deko-Elemente, womit man Gäste beeindrucken oder willkommen heißen kann. Also Sie sehen, abwechslungsreiche Produkte, da ist glaube ich wieder für jeden was dabei, also genau zuschauen. Beginnen tun wir mit einer herzlichen Begrüßung. Ich begrüße natürlich meine liebe Kollegin wie Kathi, aber wie Sie Ihre Gäste begrüßen können, das sagt Ihnen jetzt Kathi. Vielen, vielen Dank, Ralf, an der Stelle. Wir begrüßen Sie auch und wenn auch Sie Ihre Gäste zu Hause begrüßen möchten, vielleicht im Eingangsbereich an der Wohnungstür, dann kommt hier dieser tolle Holz-Deko-Strumpf genau richtig. Schauen Sie mal, willkommen und dann haben wir hier diese tollen Weihnachtssymbole. Da ist der Schneemann abgebildet, Tannen, das kleine Häuschen in diesen weihnachtlichen Farben. Das Ganze sehr schön gemacht, aus echtem Holz. Hinten der Aufsteller, auch hier schön gearbeitet, alles Naturmaterialien. Und den kann man jetzt ganz einfach zum Beispiel vor die Tür platzieren, finde ich phänomenal. Also für ganz kleines Geld einfach so einen Weihnachtsgruß setzen, kleinen Willkommensgruß. Viele haben ja so eine kleine Anrichte vor der Tür, da gerne platzieren. Oder unten einfach neben die Fußmatte. Die meisten haben unten die Fußmatte vor der Tür stehen, das sieht immer so ein bisschen kahl aus. Man begrüßt ja wirklich die Gäste. Und einfach neben die Fußmatte in den Eingangsbereich reinstellen, sagen willkommen. Oder auch hier in der Wohnung schön platzieren. Ganz liebevolle Details für 7,51 Euro eine schöne Sache. Oder natürlich auch als Geschenk kann man das sehr schön nehmen. Ja, natürlich als kleines Mitbringsel jetzt in der Adventszeit, damit auch Ihre, dort wo Sie besucht werden, damit die Ihre Gäste auch wirklich willkommen heißen können. Sehr, sehr schön gemacht, mit viel Liebe zum Detail. Sie sehen alles natürlich weihnachtliche Symbole, die Geschenke der Schneemann, auch weihnachtlich verpackt. Und das Ganze, wie Kathi gesagt hat, aus Echtholz. Für 7,51 Euro. Und der ist auch noch richtig groß. 34 Zentimeter groß ist der. Also nicht zu übersehen, Ihr neuer Willkommensgruß. Und diesen Willkommensgruß bekommen Sie mit der Bestellnummer NX 3296. Und der 569, wie gesagt, der Preis gerade mal 7,51 Euro. Und wenn die Gäste dann drin sind, dann möchte man die auch mit was ganz Außergewöhnlichem, mit einem Wandschmuck beeindrucken. Und man selber wird sich an diesem, was wir jetzt haben, nämlich unserem Leinwandbild, sehr, sehr erfreuen. Leinwandbilder, ein Riesentrend dieses Jahr. Werden Sie auch auf den gesamten Weihnachtsmärkten dann sehen. Da sind die aber extrem teuer. Und hier haben wir jetzt ein Leinwandbild, somit das beliebteste hier bei uns im Programm. Und das ist wunder, wunderschön, liebe Zuschauer. Einfach Herz aller Liebst. Und das möchten wir Ihnen gerne nochmal zeigen. Unser Leinwandbild Modern Times. Das ist wunder, wunderschön. Und hier diese Kerzen, die leuchten richtig. Denn da sind Candlelight-LEDs. Oh, schau mal kurz. Hier geht aus. Oh nein. Also ganz, ganz schnell sein. Wir sind hier. Klar, es ist ein Trend. Und es ist immer beliebter auf den letzten Stückzahlen. Deshalb, wer dieses Leinwandbild will, am besten keine Zeit verlieren. Sofort ans Telefon. NC 8154 und die 569 ist die Bestellnummer. Preis 6,56 Euro. Aber wir werden sehen, auf Weihnachtsmärkten werden ganz ähnliche Motive auch mit diesen Beleuchtungseffekten für 20,30 Euro angeboten. Und dann ist natürlich 6,56 Euro ein Riesenschnäppchen. Auch hier die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller. Knapp 30 Euro. Wir dürfen das hier für 6,56 Euro anbieten. Und da sind sechs flackernde Candlelight-LEDs drin. Und das ist natürlich neueste Technik. Das sieht fantastisch aus, das Ganze. Es glitzert so schön. Es funkelt. Also richtig, richtig toll, das Ganze. Hier einfach nur wunder, wunderschön. Und man hat richtig das Gefühl, dass diese Teelichter hier so ein bisschen plastisch in den Raum hineinstehen. Dass da echte Kerzen in dem Raum stehen. Dann diese großen, stumpfen Kerzen dann noch. Also alleine vom Anschauen her schon ganz toll. Gibt diese Kerzenstimmung dann halt sehr schön wieder. Bestellen Sie gleich mehrere. Jetzt sind sie ja noch lieferbar. Noch müssen wir sagen. Aber wenn man davon dann auch mehrere in der Wohnung aufhängt. Vielleicht so ein bisschen versetzt nebeneinander zum Beispiel. Das sieht dann sehr, sehr schön aus. Das Schöne ist, die Teelichter, die brauche ich niemals neu zu kaufen, weil die brennen nicht auf. Also es gibt natürlich auch keine Rußbildung oder Flammgefahr, also Brandgefahr. Nein, es ist natürlich nur die Illusion von echten Kerzen. 6,56 Euro. Wenn Sie schnell genug sind, Sie lesen es selber, geht aus. Wir sind auf den aller, allerletzten Stückzahlen. Noch mal die Bestellnummer NC8154 und die 569. Übrigens 30 mal 30 Zentimeter groß, also auch eine stattliche Größe. Da kann man ruhig auch mal zwei versetzt an eine Wand aufhängen. Und dann ist das der perfekte Wandschmuck. Also hier, wie machen Sie diesen Trend mit? Der ist mittlerweile überall zu sehen. Und da sollte man einfach auch dabei sein, solange er noch lieferbar ist. Übrigens, wenn diese Lieferung ausverkauft ist, dann kommt nichts mehr von diesen Modern Times nach vor Weihnachten. Deshalb da schnell sein. So, jetzt gehen wir an den Weihnachtsbaum. Und ich weiß, viele von Ihnen haben den Weihnachtsbaum traditionell gleich geschmückt. Immer dieselben Kugeln oder ähnliches. Aber da mal ein paar ganz außergewöhnliche Akzente setzen, das möchten wir Ihnen jetzt vorschlagen. Und geht zum Beispiel, wow, gleich mal mit einem Preisalarm los. Das heißt, noch mal reduziert. Und das sind Echtglas-Ornamente, die wir hier sehen. Mundgeblasene Echtglas-Ornamente, Ralf. Mundgeblasen. Und weißt du, was sowas normalerweise kostet? Das kann man normalerweise kaum bezahlen. Da zahlt man ja für einen schon gut 15 Euro normalerweise. Die gibt es jetzt durch den Preisalarm für Sie beide. Das Zweier-Set für 5 Euro. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und die Leuchten, die haben diese LEDs verbaut. Deshalb hier so ein blau-rötliches Licht sieht fantastisch aus. Und dann sehen Sie hier dieses Glitzern. Das ist feinstes Echtglas mit weißglitzernden und goldenen Elementen. Ein schöner Durchmesser von 8 Zentimetern. Und hier sind diese weihnachtlichen Motive im Inneren. Wir haben einmal den Tannenbaum und einmal das Engelchen für Sie im Inneren. Das Engelchen trägt ein Herzchen vor sich her. Schauen Sie mal, mit diesem kleinen Goldbesatz drumherum. Und die Flügelchen auch so leicht mit Gold abgesetzt. Das sieht natürlich fantastisch aus. Außen die Kugel, auch hier, mit diesen kleinen Eiskristallen, die so ein leichtes Glitzern und Funkeln haben. Das sieht so aus, als wäre da so ein bisschen Schneegestöber. Und die kann man jetzt in den Tannenbaum hängen. Die kann man aber zum Beispiel auch ganz toll, das wäre auch meine Empfehlung, einfach in der gesamten Wohnung als tolle Dekoration platzieren. So auf dem Tisch beim Weihnachtsgesteck zum Beispiel. Als tolle Dekoration mit auf den Esstisch. Weil durch dieses Leuchten kommt das dann auch richtig gut zur Geltung. Also für die gesamte Wohnung, nicht nur am Weihnachtsbaum. Und Sie dürfen ja jetzt auch mehrere bestellen für 5 Euro. Wirklich zugreifen, da kann man wirklich schwelgen in dieser fantastischen Dekoration. Das ist ja der Wahnsinn heute hier. Also einfach nochmal leuchtende Lichtakzente setzen bei der Dekoration oder dann am Weihnachtsbaum. Sie bekommen dieses Zweierpack dank unseres Preisalarms für gerade mal 5 Euro. Die Bestellnummer ist die NC 6186 und die 569. Und da kommen diese mundgeblasenen Glasornamente im Zweierset für 5 Euro zu Ihnen. Aber Katja hat recht, da darf man ruhig auch mehrere Sets bestellen. Vielleicht auch wieder als Kleinigkeit, die man mitbringt. So, zu Weihnachten gehören natürlich auch die richtigen Weihnachtslieder. Und wir sind nicht alle so sangestark, dass wir die oftmals selber sehen können. Aber da bekommen wir jetzt im Weihnachtsbaum also wirklich sympathische Unterstützung. Schauen Sie mal, das ist eine tolle Kugel, eine Weihnachtsbaumkugel. Und Sie sehen direkt, die hat Augen und die hat einen Mund. Da denkt man schon, was ist denn da los? Hier jetzt das rote Modell für Sie. Wir zeigen es Ihnen aber auch gleich noch in Gold. Und die kann man jetzt unten anschalten. Und jetzt nicht erschrecken. Jetzt geht es Ihnen nämlich gleich los. Schauen Sie mal, jetzt klimpert die hier mit den Augen und fängt an zu singen. Ist es nicht goldig? Und auch noch einen Weihnachtsklassiker. Let it snow, let it snow, let it snow. Und wir wünschen uns doch alle weiße Weihnacht. Wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder nicht klappen. Zumindest in den Niederungen. Aber zumindest können wir es hier mal akustisch schneien lassen. Das ist doch Reherz, alle liebsten, oder? Und das macht richtig gute Laune. Die Augen, die glitzern auch noch so ein bisschen und blinken hier. Und dann singt ihre Weihnachtsbaumkugel. Was meinen Sie, wie die Kinder da schauen werden, die Enkelkinder, wenn sie so eine Weihnachtsbaumkugel hervorzaubern? Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles hier. Und die reagiert übrigens auf Klatschen. Also wenn man jetzt klatscht, fängt die direkt wieder an. Und als kleiner Tipp, einfach vorne auch vor die Tür zum Beispiel hängen, um die Gäste zu begrüßen. Und wenn die dann schon in den Eingangsbereich, in den Flur reinkommen, dann klatschen sie einmal in die Hände. Und ihre Kugel fängt automatisch an hier zu singen und hier ganz süß mit den Augen zu blinkern. Das ist einfach goldig, oder? Also es macht richtig gute Laune. Sympathisches Kerlchen oder auch Mädel, ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall mit einer wunderschönen Stimme. Und das zaubert ein Lächeln ins Gesicht, wenn man das hört und dann natürlich auch sieht. In Gold haben wir die Bestellnummer NC804 und die 569. Und der Preis ist gerade mal 9,41 Euro. Und wenn sie jetzt aufgehört hat und sie hängt im Baum und sie klatschen wieder, fängt sie automatisch dann wieder an zu singen durch diesen Sensor, den wir haben. So, rot war diese Kugel. Jetzt haben wir aber das Gleiche, natürlich auch noch golden. Und je nachdem... Ja, guck mal her, ich sing jetzt ein Lied. Ist das süß, weil die redet auch noch mit Ihnen hier. Und schau mal, die Augen, die leuchten auch noch. Also das ist der Wahnsinn. Oh, hier, bei der Goldenen, gleich, gleich, gleich hier melden. Weil, sehen Sie, sehen Sie, letzte Stückzahlen. Und die sind so vermoost, dass es sogar schon ins Showformat von anderen Fernsehsendern geschafft haben. Ja, stimmt. Vielleicht haben Sie es auch gesehen. Also die sind ein Highlight. Gerade bei so Wichteln zum Beispiel werden die auch sehr gerne verschenkt. Total goldig hier. Und die redet hier halt auch noch, die Goldene. Sie sagt, hey, schau mich mal an, ich sing jetzt ein Lied. Und dann hat sie die Aufmerksamkeit und dann geht's los hier. Also wirklich wunderschön. Und dann Rocking Around the Christmas Tree. Also das natürlich ein Weihnachtsklassiker. Ebenfalls für gerade mal 9,41 Euro bekommen Sie diese singende Kugel mit der Bestellnummer MC 6013 und D56. Oh, Merry Christmas everybody and Happy New Year, hat sie gesagt. Ich begrüße auch noch, also das ist wohl eine absolute Sensation in jedem Weihnachtsbaum. Oder so, wie es Kathi vorhin gesagt hat, gerne auch an der Tür, am Eingang, um die Gäste zu begrüßen. Ich glaube, das ist gleich mal ein Riesen-Hallo. Musik spielt an Weihnachten immer eine große Rolle. Und wie schön wäre es doch, wenn die Musik direkt aus dem Weihnachtsbaum kommt. Und zwar genau die Musik, die ich gerade hören will. Und das ist jetzt möglich mit unseren wunderschönen, ja hier, ja verschiedenfarbigen Christbaumkugeln. Weil die haben ein kleines Geheimnis drin. Und jetzt haben wir die rote erstmal. Und wir haben jetzt aber gerade die Musik, die kommt aus diesem Lautsprecher per Bluetooth verbunden mit dem Smartphone. Und jetzt kann ich meine Lieblingsmusik hier ganz normal mit 10 Metern Bluetooth-Reichweite abspielen. Und zwar direkt aus dem Weihnachtsbaumkarten. Genau, weil diese Kugeln ganz einfach per Bluetooth mit dem Smartphone oder mit dem Tablet verbinden. Gerade die Jüngeren vielleicht auch haben dann auf den Smartphones, auf den Tablets auch tolle Weihnachtsmusik. Und die kann man dann abspielen. Die sehen ja aus wie ganz normale Weihnachtsbaumkugeln. Also da können Sie eine einfach mit dem Weihnachtsbaum zum Beispiel verstecken. Und dann haben Sie hier auch musikalische Unterhaltung. Also das ist total süß. Das Tolle ist, in diesen Kugeln ist jetzt auch eine Freisprechfunktion mit dabei. Das bedeutet, wenn jetzt auf Ihrem Telefon ein Anruf kommt, können Sie hier mit der Christbaumkugel telefonieren. Also wenn jetzt die Oma zum Beispiel anruft und die ist jetzt gerade am Weihnachtsfest nicht dabei, dann kann man die hier aber quasi aus dem Weihnachtsbaum mit dazu schalten und kann dann mit der telefonieren. Ja, wenn die ganze Familie um den Weihnachtsbaum versammelt ist, klappt das wunderbar. Übrigens Akku betrieben, also ganz einfach Akku aufladen und dann können wir zweieinhalb Stunden am Stück Musik hören und dann einfach wieder kurz ans Ladekabel hängen, dann geht's weiter. Das ist mal eine musikalische Sensation. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie sich auch noch entscheiden zwischen drei Farben. Wir haben das in Rot, in Gold und in Silber und jeweils für 14,16 Euro. Ich glaube, das ist wirklich auch mal was ganz Außergewöhnliches, was wirklich sehr, sehr starke Wirkung erzeugt. Nicht nur an Heiligabend, wenn man so mit drei Watt Musikspitzenleistung hier einfach mal die Weihnachtsmusik aus dem Weihnachtsbaum heraus hört. Sieht super schön aus und ist ein riesen Highlight. Also auch als Geschenk vielleicht für Freunde, für Bekannte, wenn man denen mal was Außergewöhnliches schenken möchte, so Technikfans, die vielleicht auch so ein bisschen Weihnachtsmuffel sind, die sagen, oh. Oder wenn man auch am Arbeitsplatz einen Lautsprecher haben möchte, um Musik abzuspielen, aber auch gleichzeitig weihnachtliche Stimmung verbreiten möchte. Auf Arbeitsplatz, also einfach einen Tannenzweig und dann die Kugel reinhängen. Ja, und dann so ein bisschen oben am PC vielleicht auch so anhängen, so an der Lampe zum Beispiel, die man da so am PC hat. Und dann hat man gleichzeitig so eine tolle Weihnachtsdekoration und einen fantastischen Bluetooth-Lautsprecher. Hier das rote Modell für Sie. Wir zeigen es gleich auch noch in Gold und in Silber. Also das ist super lustig und jeder wird sich fragen, oh, wo haben Sie das denn her? Das ist ja super toll. Bluetooth-Lautsprecher und Kugel in einem. Ich denke mir gerade, wenn du gestern Weihnachten hast und die dann suchen lässt, wo denn die Musik herkommt. Hör mal, wir haben Weihnachtsmusik, schau doch mal, wo sie herkommt. Achten Sie bitte auf die Farben. Die rote hat die Bestellnummer HZ 2714 und die 569. Wir wechseln jetzt aber gleich in der Einblendung in der Grafik zur goldenfarbenen. Also das ist jetzt, kommt einfach darauf an, das ist Geschmackssache. Wie ist Ihr Christbaum ansonsten geschmückt? Mit eher roten Kugeln oder eher goldenen Kugeln oder doch eher Silber? Alle drei Farben sind hier für Sie im Angebot und alle drei sind technisch identisch mit selber Akkulaufzeit. Und hier sehen wir das. Das ist eine wirklich außergewöhnliche musikalische Weihnachtsdekoration. Und hier jetzt eine goldfarbene Kugel eingeblendet. Super süß, oder? Hier jetzt die goldfarbene für Sie. 14,16 Euro. Auch hier der Preis. Ganz goldig. Ist auch einfach zu bedienen. Also hier hinten einmal draufdrücken. Dann verbindet es gleich per Bluetooth. Dann klicken Sie einmal auf Ihrem Smartphone, dann auf die Verbindung. Und schon kommt dann hier die lustige Musik von Ihrem Smartphone dann hier aus der Kugel. Also ein Traum. Gerade zum Verschenken. Vielleicht auch ein schönes kleines Mitbringsel. Man sucht ja immer so Kleinigkeiten. Vielleicht auch für die nette Arzthelferin, die einem immer so nett die besten Termine gibt. Oder vielleicht auch für den Herrn von der Versicherung. Und der muss ja vielleicht auch in der Vorweihnachtszeit jetzt noch viel arbeiten. Und die lieben ja sowas, weil die hören auch immer während der Arbeit gern Musik. Die haben auch alle Smartphones mit Musik drauf. Und dann haben die hier eine tolle Dekoration und gleichzeitig auch einen tollen Lautsprecher. Also die Bestellnummer für die goldene war die HZ 27,15 und die 5,6,9. Und jetzt kommen wir zur HZ 27,16 und der 5,6,9. Das ist die Silberne. Sie hören die Klangqualität bei allen dreien außergewöhnlich stark. Welche Musik aus den Kugeln kommt, das bestimmen Sie per Bluetooth. Und heutzutage werden ja immer mehr Geräte Bluetooth-fähig. Eine Zeit lang waren es nur die Smartphones, die Tablets. Jetzt sind es mittlerweile auch die meisten Laptops Bluetooth-fähig. Das heißt, ganz egal von welchem Medium Sie abspielen wollen, hier liegen Sie genau richtig. 14,16 Euro der Preis. Und bei Ihnen ist es nur noch die Entscheidung. Nehmen Sie rot, golden oder hier die eben jetzt eingeblendete silberne Kugel mit der Bestellnummer HZ 27,16 und der 5,6,9. Man kann diese Lautsprecher an vielen, vielen Orten einsetzen. Ich könnte mir das auch am Rückspiegel vorstellen im Auto. Ja, kannst ja freisprechen mit. Als Bluetooth-Lautsprecher und als Freisprecheinrichtung. Aber vielleicht hat man auch irgendwo eine weihnachtliche Anrichte. Zum Beispiel so eine Weihnachtsdekoration auf einem Schränkchen. Und möchte auch diese Weihnachtsdekoration noch ein klein wenig musikalisch untermauern. Und da haben wir jetzt hier einen lustigen Weihnachtsmann vor, seinem Weihnachtsbaum, den ich überall hinstellen kann und der dann ebenfalls Musik macht. Ja, und auch der ist richtig goldig, weil hier hat man einfach eine tolle, tolle Dekoration. Und auch hier fällt überhaupt nicht auf, dass das ein Lautsprecher ist. Also es sieht ja, Sie sehen es auch hier, im ersten Augenblick aus wie ein toller Weihnachtsmann mit Tannenbaum. Wie so eine wunderschöne Weihnachtsfigur, die man aufgestellt hat. Traumhaft schön das Ganze. Und dann auch hier einfach per Bluetooth verbinden mit seinem Smartphone. Und schon hat man dann aber einen sehr leistungsstarken Lautsprecher mit 8 Watt, der wirklich richtig Gas gibt auch. Also wirklich sehr, sehr laut. Hat noch diese kleine Farbwechselbeleuchtung zusätzlich. Leistungsstarker Akku auch mit 500 Milliamperestunden. Sie sehen das Ganze auch kabellos. Also kann man nicht überall aufstellen. Vielleicht auch mal auf die Fensterbank oder auch so auf den Esstisch. Wenn ich jetzt Gäste eingeladen habe oder schon beim Abendessen, wenn ich so dieses Weihnachtsessen habe. Leichte Hintergrundmusik. Adventssonntage, genau. Ich möchte eine schöne musikalische Untermalung haben. Dann kann ich das einfach mit auf den Tisch stellen. Sieht gar nicht aus wie ein Lautsprecher, aber macht tolle, tolle Musik. Und hier sehr dekorativ aus Polyresin gearbeitet, also Kunstharz. Wunderschön mit den kleinen Weihnachtselementen hier. Und dann hat man eine tolle, tolle Musik. Also finde ich wunderschön. Übrigens auch mit einem Klinkeanschluss. Also auch MP3-Player könnte ich problemlos anschließen per Klinke. Das geht hier auch. Und das ist einfach mal eine etwas andere Bluetooth-Box. So ein Bluetooth-Lautsprecher. Wir mit dieser Leistungsstärke, 8 Watt Musikspitzenleistung. Wir sind auch ohne Deko normalerweise wesentlich hochpreisiger. 16,06 Euro kostet unser kleiner Weihnachtsmann vor seinem wunderschön geschmückten und leicht verschneiten Weihnachtsbaum. Und da sehen Sie es von hinten. Das sehen nur Sie. Die Dekoration, die Sie schaffen damit. Da wird man natürlich den Weihnachtsmann nur von vorne sehen. Super süß, oder? Ich finde es auch schön, dass da so Glitzereffekte noch drauf sind. Also sehr dekorativ. Und für Dekoration kann man ja schon gut 15, 20 Euro ausgeben. Aber hier dann jetzt, dass das auch gleichzeitig noch so ein toller Lautsprecher ist. Das ist doch fantastisch, oder? Schauen Sie mal hier oben mit dieser kleinen Spitze oben auf dem Tannenbaum, wie sich das gehört. Und der grüßt so freundlich, der kleine Weihnachtsmann. Da sehen wir hier den kleinen Geschenkestrumpf am Tannenbaum. Die Glöckchen, die hier klingen. Dann hier diese Leuchtdekoration noch mit dabei. Super süß, oder? Guck mal, jetzt kriege ich schon wieder Lust auf Fernsehen. Schauen, hörst du das hier? Das ist das Thema aus drei Nüsse für Aschenbrüden. Nüsse für Aschenbrüden, ja. Auch einer meiner Lieblings-Tenbaum. 16,06 Euro, die Bestellnummer HZ2710 und die 569. Und dann kommt dieser außergewöhnliche Bluetooth-Lautsprecher zu Ihnen. Und dann können Sie mal für musikalische Unterwanderung oder Untermalung sorgen. Ganz im Hintergrund, obwohl so im Hintergrund sind wir gar nicht, mit 8 Watt Spitzenleistung. Und dann eben überall, wo Sie das möchten, dank Akkubetrieb. Wer sagt, so einen Weihnachtsmann möchte ich, aber nicht unbedingt, sondern ich hätte es gern noch ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Schnee. Dann kommt natürlich ein als Weihnachtsmann verkneideter Schneemann. Genau richtig. Und das ist jetzt unser nächstes Produkt, was wir für Sie vorbereitet haben. Hier nochmal die Bestellnummer für unseren Weihnachtsmann HZ2710, 569, 16,06 Euro für einen Hochleistungs-Bluetooth-Lautsprecher. Jetzt im Bauch des Weihnachtsmanns oder auch des Tannenbaums. Ganz egal, wie Sie das sehen wollen. Aber unser Schneemann als Weihnachtsmann verkleidet, der reagiert genauso hervorragend. Und da sehen Sie mal beide im Bluetooth-Mode. Also jetzt wird er verbunden und dann wird die Musik ganz einfach abgespielt. Der hat sein Geschenk sogar schon dabei, unser Schneemann als Weihnachtsmann dekoriert. Wunderschön. Und auch der hat jetzt eben einen solchen Lautsprecher innen drin, ja, so unsichtbar verbaut. Super süß, oder? Hier sieht man das fantastisch. Auch hier, schau dir da, im Geschenk hinten ist der Lautsprecher versteckt. Ist das nicht goldig gemacht? Dieser kleine Schneemann hier mit der Karotten-Nase. Schauen Sie mal, ist siek süß. Und der hat den Schal umgemacht. Ist ja auch kalt draußen geworden. Wir sollen ja jetzt Schnee bekommen ganz viel. Ich habe den Wetterbericht angeschaut. Soll jetzt überall in Deutschland schneien die nächsten Tage. Sind Sie gewappnet für den Schnee? Oh, ganz frostig kalt. Da können wir selber Schneemänner bauen bald. Und wir machen es uns drinnen dann gemütlich mit unserem tollen Schneemann-Lautsprecher und toller Weihnachtsmusik, die Sie hier mit diesem Lautsprecher dann abspielen können. Auch hier toller Akkubetrieb. Das heißt, Sie können ihn überall perfekt aufstellen. Wunderschöne, kleine, dezente Lichteffekte. Und für 16,06 Euro einfach auch eine tolle Geschenkidee für den einen oder anderen. Auf jeden Fall als Geschenk. Oder natürlich, um die Dekoration zu kompletieren. Die Bestellnummer hierfür, für unseren fast schon singenden Schneemann als Weihnachtsmann verkleidet, ist die HZ 2711 und die 569 16,06 Euro. Also ich finde beide wunderschön. Ich stelle mir das jetzt auch so in einem kleinen Schränkchen auch vor, wo man sowieso die Adventsdekoration hat, die Weihnachtsdekoration. Und dann rein in die Mitte des Adventskalenders würde der übrigens auch hervorragend passen. Dann habe ich beim Adventscafé auch gleich die passende Musik. Passend ist ein gutes Stichwort, weil für viele unserer Artikel brauchen wir, also für die Schneemänner jetzt nicht, aber für viele, zum Beispiel Modern Times oder Ähnliches, brauchen wir Batterien. Und Batterien braucht man die ganze Weihnachtszeit und auch außerhalb der Weihnachtszeit immer mal wieder. Und deshalb hat Kati uns jetzt ein 32-teiliges Sparset vorbereitet. Ja, und da ist alles drin, was man so braucht an Batterien. Da sind die Doppel-A-Batterien drin, da sind aber auch die etwas kleineren Triple-A-Batterien drin. Und es ist auch eine große Auswahl an Knopfzellen hier mit dabei. Die braucht man auch für Uhren zum Beispiel immer wieder. Deshalb da ist wirklich alles mit dabei, was man so vielleicht brauchen könnte. Es kommen ja jetzt dann auch viele Feiertage, sind die Weihnachtsfeiertage und danach natürlich auch im neuen Jahr dann die Feiertage. Und wenn man da irgendein elektronisches Gerät hat, was dann vielleicht eine Batterie brauchen könnte, da ärgert man sich, wenn man keine Batterie zur Hand hat. Deshalb lieber jetzt so einen Vorteilspack hier sichern. 32-teilig für 6,56 Euro, dann haben Sie immer die passende Batterie auch direkt zur Hand. Ja, damit ist man für jede Eventualität gewappnet. Sie haben es gesehen, sehr günstiger Preis. Die Bestellnummer ist die PX1577 und die 569 nicht nur Doppel-A- und Triple-A-Batterien, sondern eben auch Knopfzellen. Und das ist ja auch gerade so Knopfzellen, die hat man normalerweise nicht im Haus. Und Sie wissen, was passiert, genau im ungünstigsten Moment geht so ein Gerät, das vielleicht mit Knopfzellen betrieben ist, leer. Und dann haben wir hier die Rettung. Und das ist doch schön, wenn man weiß, man hat immer so ein bisschen so einen Notnagel an Batterien irgendwo in der Schublade liegen. Also, jetzt sind Sie dran. Rufen Sie an, holen Sie sich unsere Deko-Materialien. Und was ich natürlich phänomenal finde, sind unsere singenden Weihnachtskugeln. Die sind ein Hingucker, das wird der Star an Heiligabend jetzt anrufen. Und viel Spaß damit.